So, wir sind jetzt bei der Eröffnung Ihrer Ausstellung. Ja, sehr viele Menschen sind heute gekommen. Wie sind Ihre ersten Eindrücke? Ja, die ersten Eindrücke, ich freue mich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind, weil hier stellen wir die Art-Szene der Ukraine. Und diese Art-Szene, das ist hier Hound and Home, das ist der Kampf der ukrainischen Küsterinnen. Und wir möchten über die Gefühle, Gedanken, die der Ukrainer hier zeigen. Und das ist eine Art der Geschichte, Geschichte des Krieges, Geschichte der Frauen. Und die ganze Ausstellung ist der Frau wie wir, die Frau, die in der Geschichte der Ukraine immer abbleibt und durch viele Schicksale, unglückliche Schicksale, die in der Ukraine immer hatten, die in der Ukraine stattgefunden haben, bleibt sie gekeptet. Und diese Krieg hat sie auch gekeptet und sie kennt und in den Bildern können wir das sehen. Auf einer Seite können wir alles sehen, aber auf der anderen Seite auch sehr schöne, interessante Bilder oder mit der Hoffnung oder mit dem Traum, dass die Ukrainer freiwillig sind. Und die Ukraine bleibt demokratisches Platz und die Werke, die die Ukraine immer hatte in der Geschichte, die sie verliebt haben, das zu müssen. Sie haben hier, kannst du schon uns erzählt kurz, sehr, sehr viele namhafte ukrainische Künstler. Ja, also die meisten der Künstlerinnen, die hier vorgestellt sind, sie sind sehr bekannt. Ja, einige Figuren zu den besten Künstlerinnen der Ukraine, solche wie zum Beispiel Hanna Frivala oder Alina Kuznitzhofer, aber auch Maria Kulikowska. Viele Künstlerinnen, die werden in den Museen auch ausgestellt oder an sehr bekannten Pressen und an sehr bekannten Orten wie Manifesto zum Beispiel.